Oh! Hey! Hahaha! Was haben wir denn jetzt wieder neues? Oh, wir haben etwas sehr, sehr schönes und zwar eine Schnellkupplung von... Wollt schon sagen Schlittschuh! Von Kaiser. Quick Release, Adaptor, Fixation, Rapid... Äh, Adapt... Oh! Fixation Rapid, Adaptor, Rapid, El Tripode, Adaptor, Rapid... Und... Ungefähr so. Das war Russisch. Nicht. Also, was? Das ist eine Verdrehversicherung für Cam Corder. Was? Eine Verdrehversicherung? Eine Verdreh-Sicherung. Ja, fast. Selbst der Tramp darf sich mal verkwatschen. Das darf er. So, und zwar geht es darum... Ich zeig das jetzt noch kurz. Unterhalt die Leute schonmal, das kannst du sehr gut. Also, mein Name ist Mark Hoxie und das ist Tramp. Das war's. Ähm... Was kann ich noch sagen? Äh, abonnieren, liken. Abonnieren und liken. Weiter. Ähm, schwängert eure Frauen. Schwängert eure Männer. Äh, Frauen. Ja. Kinder braucht die Welt. Kinder braucht die Welt. Wir haben übrigens einen Babyboom. Es werden richtig viele Leute schwanger. Und wenn man sich mal so im Supermarkt umguckt. Alle Frauen mit einem dicken Bauch. Überall sind kleine... Kinder... Kinder... Und ja, ähm... Babyboom, ne? Babyboom, ja. So, und zwar... Hat... Ähm... Dieses Schwebestativ keine... Ähm... Hat keinen Schnellverschluss. Sagen wir es so. Und wir wollen halt nicht die ganze Zeit dieses Ding nach vorne schieben, dann wieder zurückschieben, festmachen und neu orientieren. Das macht keinen Bock. Auf jeden Fall... Das Ding... Kommt jetzt an die Kamera ran. Ist so ein Schnellverschluss. Und dann können wir die Kamera immer hier... Also relativ schnell rausholen. Und wir können halt eine Einstellung quasi lassen. Das ist der Sinn dahinter. Cool. Nice. Und... Das macht bei diesem Ding auf jeden Fall Sinn. Und ich bin sogar... Ich fände es noch geil, wenn es auf das Stativ auch noch drauf passen würde. Macht würden es keinen Sinn, weil wir das Ding sowieso nicht mitnehmen, aber... Ähm... Trotzdem... Passt das ganz gut. Ja. In dem Fall... Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es gibt ja noch eine... Also... Noch so Wasserwagen in die Richtung. Und halt... Also quasi so rum, so rum und so rum. Also... Man kann das noch optimal einstellen. Wo ist die, wo so rum zeigt? Hier. Ah! Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, genau. Interessant. Wir gehen mal hier... Ran. Man kann... Eine... Hier erkennen. Ich wollte schon da drauf drücken. Das ist hier fokussiert. So. Also... Wir haben da eine. Ich hoffe, man kann es sehen. Wir haben... Da eine. Genau. Ja. Und der fokussiert meinen Finger. Und... Wir haben... Halt! Da eine. Ja. Alles klar. Zeigen wir vielleicht auch mal hier so im Nah... Also... So macht man es auf. So. Genau. Dann springt das hier raus. Und wenn man hier drauf drückt... Springt es wieder rein. Springt es wieder rein. Wieder rein. Gut. Das war es für dieses Video. Das war ein gutes Video. Das war ein gutes Video. Wenn es ein gutes Video war für euch auch. Dann müsst ihr natürlich den Daumen nach oben geben. Und dann ein bisschen liken. Und... Dann müsst ihr noch positiv bewerten. Ihr müsst... Subscribieren. Also ihr müsst... Abonnieren. Wie sagt das auf Deutsch? Abonnieren. Genau. Ihr müsst abonnieren. Ist also... Richtig guter Kanal auch. Geworden. In letzter Zeit. Und... Ja. Ich würde sagen... Ich denke ja eine. Aber ihr müsst auf jeden Fall... Ihr müsst dabei bleiben. Ja. Das war es für dieses Video. Also... Check es! Ah! Yes! Geil! Halt! Nein! Was dann? Erst checken und dann zusammen mit der Hand auf die Kamera. Achso. Nein. Das mache ich nicht.